Hi, ich bin der Markus, ich habe noch ein Paket für euch zusammengeschnürt. Dauer 5 Minuten, besteht aus 5 Übungen, die die Koordination schult, die Stabilität, die Kraft, die Ausdauer. Dauer 50 Sekunden Belastung pro Übung, 10 Sekunden Pause, 5 Minuten Vollgas. Viel Spaß. So, jetzt wir starten mit diesen 5 Übungen, die ich für euch vorbereitet habe. Wir fangen mit dem Crap Walk an und die anderen Übungen erkläre ich euch in der Pause dann. 10 Sekunden Pause und los geht's. Stabile Position und wir fangen versetzt an. Linkes Bein, rechter Arm und wechseln. Vorne 50 Sekunden, schön langsam, macht es nicht so schnell, konzentriert euch. 50 Sekunden, alles schabiert halten. Wenn ihr aus dem Takt kommt, fangen wir mal neu an. Wir haben es gleich geschafft. 5 So, wir wechseln die Position. Lenk Walk, Liegestützposition. Und wir gehen auf die linke Seite. Stopp und wieder nach rechts. Versucht, Rücken gerade zu halten. Überraschland. Hüboen, inventW Turm. Dattd say 4, 3, 2, 1. So, wir brauchen das Handtuch oder die Stange, ich nehme das Handtuch, Bauch legen und nach vorne, Beine nach hinten zur Brust, Handtuch ist immer in Spannung. Beine versuchen hinten zusammen zu halten, schön zur Brust, Bauch strecken, Spannung im Rücken halten, 20 Sekunden. So, wir brauchen das Handtuch, in Spannung. 1, 2, 1. 2, 1, 2. It's fine.